Jo, Heizung zu Assassin's Creed, ähm wir, ich hab hier mal die heilige Georgius Rüstung angezogen, soweit ich das kann, also Schuchus und Armschiene sind von ihm und auch ich meine, der Mantel, oder die Rüstung, lass mal kurz umgucken, irgendwas hier obere, der Mantel, ne, ja, ist auch von ihm, so, aber, wir haben ja noch nicht alles, deswegen wollen wir los, natürlich, so, aber, ich weiß nicht, warum er jetzt, ich weiß nicht, ob er was eingetragen hat, aber ich hatte ja eigentlich die Karte, hier oben war eigentlich alles klar, fahren wir mal hier hin, du tust auch okay, auf geht's. So, wir waren ja irgendwann schon mal da, aber ich glaube, wir haben halt einfach hier nur die Hälfte angeguckt, okay, guck mal, hier ist ein Haken dran, ähm, würde ich aber den anderen auch ganz gerne irgendwie hinkriegen. Äh, keine Ahnung, was wir alles anschauen sollten. Ähm, lasst uns mal, warum ist denn da ein Haken dran, das verstehe ich nicht. Markierung ist jetzt Markierung Legende, lass mal die Legende angucken. Wenn ein Haken dran ist, sagt das gar nichts. Würde mal sagen, Ort abgeschlossen, aber, ähm, warum die anderen nicht, keine Ahnung. Okay, ähm, ich weiß auch nicht, dann fahren wir einfach mal hier hin und gucken mal, dass wir es finden, weil es fehlen ja noch irgendwie zwei, ne, ein Teil fehlt noch, ne, ein Hinweis zu was. Okay, lass mal hier hindüßen. So, sie gesetzen. Bra, bra. Ne, ich wollte ja nur mal schützen, ich wollte ja mal sehen, wie das aussieht von der Seite. Ah, sieht mir nur noch sie hin, da ist auch. So, ich glaube, die sind auch schon ein bisschen schlauer geworden. Oder? Ne, können wir noch schön durchfahren. Keine Action. Weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wo wir schon waren. Für Odin, ja. Na, das kommt mir schon bekannt vor, Mist. Okay, hier waren wir schon, aber egal. Nutz ja nix. Wir haben sich wieder fit gemacht. Jo, das ist gut mit Leder. Oh mein Gott. Hey, ich schaff das nicht allein. Okay, Silber brauche ich nicht, lass mal abhauen, bockt hier ja gar nicht, aber es brandt alles. Na gut, okay, wer braucht hier noch Hilfe da oben irgendwo? Pfeile, brauche nicht. Na ja, da oben ein Dach oder was? Ah ne, da. Ja, komm mal, ja, so geht's auch. Umständlicher ging's nicht. So, bin da, na komm. Sehr gut. Gute Beute, verschwinden wir. Ist das jetzt hier von der Karte? Okay, war gar nicht auf der Karte drauf, deswegen lass uns mal weiter düsen. Ich könnte noch irgendwas zum Beißen gebrauchen. Aber jetzt hier groß suchen? Nee. Komm, die anderen suchen. Muss los. So, kommt Leute, wir haben wieder ab. So, auf geht's, komm. So, auf geht's, komm. So macht es ja morgen hin. hier waren doch ganz gut widerstände meine ich den fluss hatte ich eigentlich gesagt auch nicht so groß anständig Ich bin noch nicht alt. Bleib standhaft! Ich brauche drüben Hilfe! Sieht schon genau so aus wie drüben, ne? Ist schon ein bisschen offensichtlich. Hier kommen wir da rein. Durch die Tür. Hier gibt es einiges zu holen. Jawoll. So, was machen wir noch? Brennt schon viel. Oh. Da drüben noch. Okay. Krass. Okay. Wie sieht es aus? Alle noch gut. Ja, einer hat was abbekommen. Das heißt, das ist jetzt weg. Oder das Ding ist das von der Karte. Kann das sein? Flusswacht. Naja, eigentlich... Nee. Ich weiß nicht. Lassen Sie es vielleicht markieren eben. Pluck. Ich sitze. Das ist natürlich... Wenns mantener nachdem. Aber ich glaube... Es lernt auch. Ach, was sagst du doch. gar für meus Das machen wir auch schon mal. So ein kleines Ding hier. Ups. So noch ein Schlüssel hier. Wir sollten abhauen. Wieso denn? Gibt es denn nicht noch was? So ruhig, ne? Geh mal weg. Okay, dann hauen wir wieder ab. Wo wollen wir dann hin? Hier oben rauf. Das ist groß. Geh mal weg. Flack wie ein Stewie. Segel fliegt! Hm, waren wir da schon mal? Ich weiß es einfach nicht. Ich muss jetzt extra drehen dafür. Oh. Sieht mir jetzt nicht so bekannt aus. Mal gucken. Hm. Dann wird es nicht mehr dauern. Okay. After offtesting. Okay. Shoot. Okay. Stay. 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 so wie sieht's aus? einer immer noch schwach okay soll die aufschießen oder wie soll es gehen? okay helfen wir da unten, oder? oh okay alles klar schätze von exe sind abgeschlossen, okay lass uns kurz die quest noch mal anschauen so wie kommen wir da rein? der rennt schon ohne ende und hier reinschießen geht nicht hmm wie sehen die leute aus? geht noch ne? oh 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 Da kommen wir da unten irgendwo rein, da ist irgendwo ne Gruft oder sowas, ne? Ja, ist ja gut. Irgendwie hier drin oder sowas, ne? Irgendwie runterkommen. Oder auch nicht. Hey, da war doch immer was, oder? Falsch gesehen oder? Da ist auf jeden Fall noch was Weißes. Hier unten drin, da muss ja irgendwas sein. Hier unten drin, da war wir da. Keine Ahnung? Wir sind tot. Vielleicht sind wir mal da, hier oben zu helfen und gehen. Und noch jemand sich zu, die dae rein, wenn du ja Löwen gehst, wenn du dann zu, Ich habe einen Schlag zurück. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Aha, kleine Höhle. Sehr gut, okay. So, wir brauchen also noch einen Hinweis. Probieren voll, das ist schon mal gut. Ich muss sagen, die Leute, oh, zwei jetzt mittlerweile ein bisschen kaputt. So, wie kommen wir hier rein? Kannst du hier durchschießen, um das andere Ding aufzukriegen, oder? Sieht aber so aus. Ist halt irgendwo mal stabil stehen können hier. Oh, wer hat da Probleme? Warum denn? Wie kommt man da rein? Das interessiert mich jetzt aber irgendwie. So, das Haus brennt nicht mehr, das ist gut. Aber man kommt jetzt auch nicht besser rein. Okay, das kann so einfach sein. Muss man wahrscheinlich die Tür aufmachen. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Yep. So, ein Kloster bräuchten wir jetzt noch, oder? So, eben gucken. Ist das ein Kloster? Feste? Alles fest, der Kloster. Egal, fahren wir trotzdem mal hin, oder? So, eher rückwärts die Richtung. So, den Schild haben wir, die ganzen Schienen und Schuhe. So, Mantel, jetzt fehlt halt noch so Torso, Ellen, kommt drauf an, was er hat, ne? Aber auch da waren wir schon mal drin. Das Ding hier an der Ecke, haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ah, ich weiß alles nicht. Ja, sieht mir sehr bekannt aus. Oh, lecker mitreißen. Ja, der Typ, der hier hängt, den kennen wir. Ah, hier. Ah, hier. Ja komm! Geh! So, weg. Komm ab. Oh, der hat sich die Pfeil schon ausgesucht. Das wäre nicht so clever. Oh, krasslos. Ja. Habt ab. Ja. Schießt mich auf. Geschmeißt. Wir schaffen das. Das war's für heute. Oh, da hinten noch kurz mit Helfen. 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 Na ja, da waren wir das letzte Mal drin da oben und da ging es nicht weiter, weil wir nämlich keinen Platz mehr hatten. So war das. Warum lassen wir hier rein? Okay. Okay. Oh, Platz. So, jetzt heißt es, auf den Weg noch ein bisschen was finden. Oh, der ist kaputt gegangen, shit. Die zwei da oben sind auch schon wieder kaputt. Nicht gut. Ich hab leider nichts zu beißen, Leute. Es tut mir leid. Da ist oben was. Ah, das ist jetzt mies gelaufen, shit. Ich brauche Hilfe. Ist überhaupt noch einer übrig? Ich brauche hier mal Hilfe. Okay, leider ein paar draufgegangen, aber ordentlich. Eins, zwei, drive, vier. Oh, und die anderen sehen auch nicht so fresh aus. Nicht gut. Oh, das war die falsche Mauer. Das ist ja shitty. Naja, aber die waren... Tough. Heißt aber auch, wir kehren zurück, ne? Kann man von hier aus schon zurückkehren? Ne, muss zum Schiff, okay. Wahrscheinlich der Einzige, der hier noch mitmacht. Ja, okay, zwei waren es schon. Die anderen sind leider hops gegangen. Upsi. Okay, wir waren jetzt hier an der Küste. Das ist ganz nice. Das hier, hm. Also, da sie gesagt haben, es ist eigentlich in den Klostern, müsste man das nochmal anschauen. Vielleicht hab ich das im Detail nicht angeschaut. Weil es fehlt uns ja noch irgendwie ein Hinweis, ne? Also, es ist zumindest mal, das Boot ist voll, aber leider nicht alle. Vier verloren, Junge. Na gut, dafür haben wir den Schild. Also, es ist nicht so, dass wir den Schild. So, ich meine, wir haben ja letztes Mal eingelagert, ne? Rein theoretisch könnte man ja mal hier die Hütte pimpen, oder? Geht das? 600, glaube ich, war das, ne? So, das ist ein bisschen teuer. Jo, wir haben 550, na toll. Was kostet denn der Rumpf? Lust auf einen Raubzug? Mhm. Rumpf kostet 750, na gut. Müssen wir halt noch ein bisschen sparen. Vergiss es, mein Freund. Ja, wir sparen noch ein bisschen. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao.